Herzlich willkommen bei der Firma Velopa im allgauischen Spreitenbach. Seit über 70 Jahren entwickeln und produzieren wir innovative Lösungen rund ums Parkieren, überdachen und absperren. So sind wir heute Ansprechpartner für private und öffentliche Bauherren, Planer und Architekten. Wir produzieren zu über 80 Prozent in der Schweiz und setzen uns damit für den Erhalt von Arbeitsplätzen ein. Das große Lager sorgt für hohe Warenverfügbarkeit und kurze Lieferfristen. Bevor unsere Produkte die Werkstatt verlassen, wird die Qualität geprüft. Mit der eigenen Wartungs- und Serviceabteilung werden sämtliche Anlagen in Stand gehalten. Mit erfahrenen Montageteams und gut ausgestatteten Fahrzeugen werden Aufbauten schnell und effizient erledigt. Unsere Mitarbeiter besitzen ein breites Wissen über Parkierungssysteme und setzen dieses effizient für ihr Bauprojekt ein. Zudem helfen ihnen unsere Verkaufsberater gerne, das für sie richtige Parkiersystem zu finden. An der modernen CAD-Anlage werden alle Produkte konstruiert und auf ihre Funktionalität geprüft. Wir sind stolz, im Sortiment Artikel zu zeigen, die wir in unserem Hause zur Serienreife entwickelt haben. Für deren Funktionalität verbürgen wir uns. In der großzügig gestalteten Ausstellung heißt das Motto Anfassen und Ausprobieren. Der Kunde kann aus über 20 Veloständern seinen persönlichen Favoriten wählen. Das Angebot wird durch Absperrsysteme von manuellen Pfosten bis hin zur automatischen Barriere sinnvoll ergänzt. Clevere Systembauten sorgen für ästhetische Überdachungslösungen, Ordnung und Sicherheit. Planen, liefern, montieren. Profitieren Sie von unserem Know-how für perfekte Parkieranlagen.